Willkommen zu einer neuen Folge von Killed of the Lamb. Wir sind genau an der Stelle, wo wir letzte Folge aufgehört haben, weil ich nehme die Redakt hintereinander auf. Und wir hatten das letzte Mal so ein Fragment bekommen, wo wir neue Fliese-Umhänge uns holen können. Jetzt gucken wir mal, was die so alles können. Der verursachte Schaden erhöht sich in jedem Kill, wird aber zurückgesetzt, wenn du getroffen wirst. Okay, das kann mächtig werden. Dann fließt der Glaskanone. Die verursachen doppelten Schaden, kostet nur die Hälfte an Eifer, aber Nahkampfschaden und Lebensenergie werden halbiert. Finde ich blöd. Du erhältst bei jeder Ziehung eine Tarotkarte, ein krankes Herz, aber 100% der Gegenstände gehen verloren und du stirbst. Okay, könnte interessant werden. Alle Herzen werden durch 1,5 mal der Menge an blauen Herzen ersetzt. Okay, die vier Tarotkarten zu Beginn jedes Durchlaufs, aber keine kann im Nachhinein gezogen werden. Also das hier finde ich tatsächlich erstmal am interessantesten und das nehme ich jetzt auch erstmal. Also immer mehr Schaden, aber wenn ich quasi getroffen werde, wird das zurückgesetzt. Wenn ich jetzt nicht kriege doppelten Schaden, bin ich okay. So und ich muss mich jetzt echt mal hier um die Abweichleiter kümmern. Also was könnte ich denn noch machen? Jetzt haben wir hier noch einfach Indoktrination. Einfach Dekoration, Entschuldigung. Raffinerie, weil, Ressourcen zu, Hürde, um, warte mal, das brauche ich jetzt aber noch nicht. Ich brauche jetzt erstmal so einen Holzplatz. Das kann ich noch nicht machen, weil... Hä? Ne, das habe ich schon, ich Idiot. Entschuldigung. Und eine Steinbine. Ich habe gerade nicht nachgedacht. Grün ist ja das, was ich schon habe. Sehr gut. So, der Meckerfritze. Der geht mir ganz schön auf den Sack. Ich habe jetzt bereits genug von deinen Lügen gehört. Wir setzen unsere Diskussion morgen fort. Okay. Dann ist ja gut. Was ist mit dir los? Hat einem Abweiche zugehört? Vielleicht hat er recht. Ne, das finde ich aber nicht so gut, Kollege. Aber schön da kurz, stelle eine Forderung. Gib dir jetzt mal deinen Segen. Stimmt, das könnte ich auch noch machen. Wobei, dem kann ich das nicht geben. Ich gebe dir jetzt mal allen meinen Segen. Sehr gut. Und das finden die hoffentlich alle gut, wenn ich sie jetzt sehe, ne? Noch geht das ja. Was ist mit dir jetzt gerade her? Was ist mit dir jetzt gerade her? Sehr schön. Kriegst auch Segen. Heute legen wir mal Hand auf. Ich könnte den natürlich noch versuchen, dann zu bestechen, den Abweichler. Ich habe ja noch sowas, also geschenketechnisch noch Kram übrig. Habe ich jetzt alle gesegnet? Dich hatte ich noch nicht gesegnet. Sehr gut. Das war richtig und wichtig. So, und jetzt können wir wieder mal ein paar Leute reinholen. Eligos, bitte verschone mich. Und so, endlich geht es weiter. Ihr werdet benannt und ihr könnt nach wie vor auch noch einreichen, ob ihr benannt werden wollt. Aber bitte, ähm, ich mache das ja chronologisch. Also je später ihr kommt, desto länger dauert es natürlich, bis ihr benannt werdet. Heute ist zum Beispiel der gute Aragon, äh, dran, der das gar nicht erwarten konnte, äh, benannt zu werden. Deswegen heute kommst du dran. Und dein erstes Mal, dass du das gesagt hast, wolltest du eine Katze in Rot sein. Und die kriegst du auch. Kriegst du heute eine Katze in Rot. Und ihr habt gesehen, der Fisch ist jetzt dazugekommen. Wer schreit denn da so gerade, ey? Und du kriegst noch so ein Muster auf den Kopf. So, und du bist kränklich und koprophil. Erhalte das 10 Glauben bei Erkrankung. Okay, interessant. So, Aragon. Willkommen in unserer Mitte. Also das ist der, der Abweichler, der da so rumbrüllt. Ich bin fast geneigt, den irgendwie. Zu Opfern oder so. Geh mal was essen, Digga. Okay. Machen wir ein bisschen was zu essen. Aus Gras. Ja, gut, Gras ist halt nicht so die geile Mahlzeit. Nein. Oh, scheiße. Verbrannt. Angebrannte Nahrung. Du kannst diese, lass diese Mahlzeit angebrannt, weshalb sie von deinen Anhängern nicht verzehrt werden. Kann räumen, diesen unansehlichen Wurz weg. Ich koche mehr Nahrung. Nächstes Mal ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, ja. Alles klar. So, erstmal ein bisschen aufräumen. Dann, ah, sehr schön, sehr schön. Da gibt es einiges an neuen reifen Dingen. Ah, perfekt. Kürbis. Gibt es vielleicht, gleich mal dicke Kürbissuppe oder so. Ja, halt nett, wenn mir einer von denen helfen könnte. Ich weiß gar nicht, ob die das dürfen, können, wollen. Weil die haben gerade schon alle ziemlich dollen Hunger, wenn man sich das übrigens mal anguckt. Ah, das war halt der gute Dünger. Das ist halt alles sehr schnell aufgebrannt. Das bin ich mal gespannt, ob die mir beim Ernten hilft oder ob sie nur gießt. Sie gießt nur und macht einen Abgang. Wobei, wann wir jetzt mal kurz was gucken. Ich schnapp mir mal einen von denen. Äh, nee, wir nochmal. Farm bestellen. Gut, Farm bestellen heißt bei denen anscheinend aber nur, ich gieße Kram. Was kann ich für dich tun? Ich spüre meine Knochenknechen und meine Sehkraft verschwinden, aber mein Herz sinkt im Wissen, dass ich mein Leben in deinem Dienst verbracht habe, oh mächtiges Lamm. Stimmt, die sterben halt auch irgendwann. Die werden älter. Das wusste ich tatsächlich nicht, hat mir auch ein Freund auf der Arbeit erzählt. Bleiben nur noch ein paar Tage. Das tut mir sehr leid, aber immerhin warst du ein guter Anhänger. Das bedeutet aber auch, dass ich mehr Anhänger irgendwie bekommen muss. Das heißt, bei der Spinne werde ich wohl ein guter Kunde werden, wenn ich das richtig verstehe. Weiß nicht, ob es da eine EMA-Anhänger zu kaufen gibt, aber wahrscheinlich. So. So. Ein paar Kürbis zu haben. Oh, das war ein Pilz zu haben, glaube ich. So. Das wird alles schön gepflanzt. Was ich die Blumen brauche, ich habe keinen lassen. Dunst. Irgendwie muss das ja gehen, dass ich auch die Leute hier Zeug pflanzen lasse. Ich kann das ja nicht alles alleine machen, weil wenn ich noch eine Farm bekomme, dann kriege ich das zeitlich ja gar nicht hin. Also da bin ich mal gespannt, ob es da noch irgendwas geben wird. Was kann ich denn hier noch gerade machen? In der Krone kann ich noch was machen. Achso, eine Doktrin. Ja. Mitten in der Nacht rausgeholt aus dem Bett. Äh, sie sollen für mich arbeiten, beben. Das ist doch aber schön. Alle Kulturmitglieder haben hier eigentlich schon mehr Hingabe. Ja komm, ich brauche das jetzt. Dann werden die mal ein bisschen frömmer wieder, wenigstens. Wärten sie alle gut. So ist es halbwegs. So, raus mit euch. Entschuldigung, dass ich euch geweckt habe. So, was kann ich machen? Gemüse Mahlzeit, das hört sich doch schon mal gut an. Und eine einfache Mahlzeit aus Beeren und Gras kann ich euch ja auch herstellen. Sehr gut, mal komplett. Rässchen für alle. Ich glaube, die werden jetzt nicht von irgendwelchen Insekten geklaut. Da könnte man so ein Blühwürmchen mitnehmen. Ach nee, das ist einfach Glaube. Also Hingabe. So, kann ich gerade noch irgendwas bauen? Muss ich auch gleich mal gucken. Ah, fast. Kann ich gerade irgendwas bauen? So ein bisschen für die Wirtschaft. Wie das hier wird jetzt mal notwendig. Können sie mal ein bisschen Holz kloppen. Könnte ich das mal hinpacken? Wo sieht es nicht viel am Platz aus? Sagen wir es mal so. Dann packen wir es mal hier oben in die... Muss ja nicht immer alles so weit weg sein. Hier ist auf jeden Fall Schlafplatz. Packen wir es mal da hin. Oh krass, das dauert natürlich eine Weile. Hätte ich lieber mit den Weitern zusammen gemacht. So. Geht erst mal frühstücken. Sehr schön. So, und du warte erst mal einen Moment. Wir haben zu reden, mein Freund. Sehr gut. Erst mal alle einen wegschlabulieren. Dich brauche ich auch noch. So, und jetzt muss ich kurz in die Videokommentare gucken. Wie gesagt, ich gucke hier immer in die Videokommentare rein. So. Wann mal, wen haben wir denn noch? Das gucke ich gerade. Ähm. Wen habe ich noch nicht? Mufkel wäre, glaube ich, der nächste. Mufkel. The second. Mufkel. The second. Und was möchte er sein? Äh. Das vierte Tier aus der Düsterwaldreihe in Dunkelrot. Das vierte Tier aus der Düsterwaldreihe. Düsterhold. Dunkelrot. 1, 2, 3, 4. Hier sieht mir sehr nach einem, einem Igel aus. Ein Dunkelrot. Naja, das ist, das ist ja schon eher lila. Das hier ist das Dunkelröteste. Wobei, nimm mal das hier. Das ist schon, das kommt eher ein Dunkelrot dran. Mit einem Kreuz auf der Stirn. Kreuz geht leider nicht. Deswegen kriegst du das hier auf die Stirn. Aber irgendwie sieht die Farbe jetzt komisch aus, finde ich. Das sieht doch besser aus. Finde ich. Ich nimm das hier. Und du bist zynisch. Herzlich willkommen. Aber ich muss jetzt mal kurz was gucken. Oh, immer das Spiel. Das ist ein bisschen blöd. Man kann nicht gescheit raus tappen. Deswegen bitte bewundert euch nicht. Muss mal kurz was einstellen und dann nochmal versuchen. Ist das? Ah, scheiße. Es ist nicht auf handloses Fenster eingestellt. Deswegen tappt das immer raus. So, jetzt tappt es immer noch komisch raus. Aber gut. Ähm, muss ich mal gucken. Als nächstes kommt dann. Moment, jetzt muss ich gucken, ob die Personen überhaupt miteinander werden wollen. Ja. Also, Tjornoyul, bitte verschone mich. Ähm, wird zu. Anno. Und zwar wollte der User Hytti01 das. Anno wird. Ein Cthulhu in Grün. In diesem Grün. In so einem Grün. Was für ein Grün soll ich dir geben? Schwierig, schwierig. Äh. Mag dieses dunkel, leicht bläuliche Grün eigentlich ein bisschen lieber. Deswegen kriegst du das hier. Und. Ah, da gibt es sogar noch andere Öhrchen und so. Na komm, du kriegst ein Kreuz auf den Stirn. Kreuz, alle haben ein Kreuz. Du bist leichtgläubig, einfacher und ungläubig. Willkommen in unserem Kult, liebe Anno. Und bevor jetzt der Nächste kommt. Warte mal, der hat erstmal Hunger. Da muss ich erstmal kurz was zum Schnabulieren machen. So. Äh, bevor jetzt der Nächste kommt. Was ist denn hier jetzt schon wieder los? So, hier hatten wir mal. Quest erfüllt. Fertigericht. Du kriegst jetzt erstmal einen Segen. Die dürfen nicht anfangen zu zweifeln, sonst bin ich ein Problem. Mufke, du kriegst auch einen Segen direkt schon mal. 5 Minuten da, wirst du schon gesegnet. So. Mit dem habe ich eine Argon, Rob. Genau, Rob wollte ich nämlich gucken. Rob hatte nämlich zweimal eine Nachricht geschrieben. Nicht, dass ich den doppelt aus Versehen benahme. So, und Anno kriegt natürlich auch direkt mal einen Segen. Reingedrückt. Was willst du, Rob? Du bist ein Aufwiegler. Der Glaube an den Kult ist zu nötig. Ich muss umerzogen werden, sonst könnte ich den Kult verlassen. Frage ist, was kann ich für dich tun? Fühlschrank kann ich vielleicht mal bauen demnächst. Opferstatue. Statue, bei der wir nachher deinen Ehren Opfer hinterlassen können. Ich weiß nicht, was das tut, ob das dann vielleicht deren Glauben erhöht, aber es wäre wünschenswert. So, gleich mal bauen. Ja, da habe ich wieder zu wenig Holz für, ne? Wie immer. So, Holz ist wirklich ein massives Problem. Das ist ja gerade immer so, äh... Zwei. Wow. Weißt du was? Kann ich noch eins davon bauen? Also, wir brauchen halt wirklich massiv mehr Wirtschaft. Hier so einen Stein... ...Ein Steinklopper bauen wir hier hinten ran. Wo guckst denn du eigentlich wieder so grimmig, ey? Ähnlich, du, du kriegst ein Segen. Alterwürdige. Hier wollte ich noch kurz quatschen. Sehr brav. Der Glauben wird besser. So, der Ding ist auch fertig. Du hast schon Segen. Du hast auch schon Segen. Aber die Katze hier... Die hatte noch keinen. Moment, wie heißt der Okoto? Snegge? War das nicht? Otaku-Schnegge? Ja. Ja, ja, ja. So, Alty. Danke, Anführer. Mein Glaube an dich war gerechtfertigt. Sehr schön. Perfekt. So, wir müssen ja schon wieder krank. Haben die wieder... Haben die wieder Schmutz irgendwo hingepackt? Ach Gott. Irgendwo muss es ganz schlimm sein. Guckt euch mal eine Schmutzanzeige oben links an. Ich muss dringend an die Klohäuschen und so kommen. So, Holz hacken. Ich brauche ein paar Leute mehr, die regelmäßig Holz hacken und so. Oh, ich muss ein Bett noch bauen. Fällt mir gerade mal so auf. Na, wobei. Warte mal. Kredigt hatte ich heute noch nicht, glaube ich. Ich glaube, die Folge wird anscheinend nur hier in dem Kämpfer gebracht werden. So viel zu tun gerade. Was macht das hier? Fluch des Okkultisten. Eifer erhöht die Gesamtmenge deines Eifers, um ein weiteres Buch zu können. Okay. Oder drei neue Flüche. Oder Nekromantenwaffen. Das ist ein gefährliches Geist, das die Toten entweichen. Na, komm, erstmal Eifer. Mehr Eifer. Sehr schön. So, finden sie alle gut. Aus mit euch hier, kleinen Racker. Das ist jetzt alles auch immer her. So, einmal alles düngen. Sieh, irgendwas stimmt gerade mit der Hygiene hier nicht so wirklich. Ja, doch. Irgendwie waren da eben noch weniger von den Kackhäufchen. Hier noch irgendwo Kack herum. Ich sehe nichts. Scheiße, ey. Die werden alle alt. Das ist ein Problem, ey. Das wird Problem auf Dauer. Ach, guck mal. Hier kann ich ja, stimmt. Hier kann ich ja noch wechseln. Zwar zu dem... Äh... Oder auch zu der Sporengrotte. Ah, guck mal. Hier kann ich Karten kaufen. Karten, Karten. Karten. Oh, die sind ja gar nicht so teuer. Oh. Das ist eine nette Karte. Aber die wird jetzt wahrscheinlich einfach in den Pool kommen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ich kann die finden. Verstanden. Die sind ja echt nicht so teuer. Oh, nee. Die werden teurer. Nee, stimmt nicht. Die ist 15. Die kostet 35. Äh, okay. Ich muss mal ein bisschen vorsichtig sein. Das hier sind Dekorationen. Was willst du? Da bin ich in Anura verlaufen und war so hungrig, dass ich ein paar gefunde Pilze gegessen habe. Drei Tage später mit den Schimpfskopfschmerzen aufgewacht. Darf ich will irgendwie mehr. Oh, das ist die Chefin oder was? Ich grüße dich, Reisender. Ich, ne? Bin natürlich Sozo-Pilzforscher. Aber ich schätze, das macht mich zu einem Champion der Champignons. Nur ein kleiner Witz, den Sozo gerne macht. Ja, ja. Pilze sind Sozos Leidenschaft. Aber Sozo braucht mehr. Sozo braucht immer mehr. Du wirst für Sozo sammeln, ja? Ja. Sozo kann seinen Anhänger da draußen nicht trauen. Sie lügen, sie stehlen, sie flüstern sich Geheimnisse über Sozo. Sozo weiß es einfach. Du wirst alles tun. Du wirst deinem Altar beten. Sozo widmet sich mit Leib und Seele deiner Sache. Sozo reißt dir den Kopf. Sozo zeigt dir, wie du die Kraft des Pilzes nutzen kannst, damit sich die zerbrechlichen kleinen Köpfe deiner Anhänger deinen Wegen öffnen. Aber du musst sie nicht bei Sozo anwenden. Oh nein. Sozo wird dir freiwillig folgen, solange du Sozo weiter Pilze bringst. Denn Sozo alles für dich tun. Nimm den Weg nach Anora und suche Pilze für Sozo. Du hast sie vorher vielleicht nicht gesehen, aber wenn du sie jetzt suchst, werden sie da sein. Okay. Kann ich hier noch irgendwas machen? Anhänger vorkaufen. Ah, schick. Jetzt werde ich zukünftig auch so Pilzköpfe als Anhänger haben können. Ah ne, stimmt nicht. Komisches Vieh. Könnte Nutria sein oder sowas. Okay. Oh, und hier hinten liegt noch einfach mal ein Rezept rum. Praktisch. Kann ich dir jetzt schon Pilze geben? Ja, ja, gib Sozo. Gib mir, gib mir. Vorrang der Vorrang dabei nicht genug. Bring Sozo mehr und Sozo. Zeig dir, wie du deine Anhänger, deine Gehirnwäsche, äh, eine Gehirnwäsche maßen kannst. Sozo vermutet, dass du etwas für deine Mühen haben willst. Natürlich Sozo bezahlt. Stets an Schulden. Nimm das. Na, guck mal, wieder so ein Fragment. Okay. Für ein neues Vlies. Gut, dann wäre der Punkt hier auch erledigt. So, wir können mal kurz hier noch vorbeigehen. Vielleicht gibt es bei Gatao was Neues. Guck mal, da ist auch noch so ein Anhänger vorkommen. Ja, praktisch. Am liebsten würde ich ihm sein ganzes Holz klauen. Das hier noch mitnehmen. Aber ich kann hier leider nichts klauen. Aber es geht, Gatao. Es geht. Na, ich kann gerade bei ihm nur spielen. Da habe ich aber nichts von. Ja gut, ey. Das war heute eine reine Micromanagement-Folge. Aber das muss auch mal sein. Es gibt einfach mittlerweile so viel und unser Wuppet zu tun. Das finde ich ziemlich interessant eigentlich. Wir mussten noch niemanden beerdigen. Ich habe zum Beispiel so einen Gräber, aber wir mussten noch niemanden beerdigen. So, mal kurz einsammeln. Sehr schön. Äh, was schalte ich denn diesmal frei? Ich glaube, ich mache tatsächlich diese Vogelscheuche. Dann muss ich nicht so dolle mehr auf mein Feld und so achten, ne? Naja, kostet natürlich wieder ein Arschwoll. Hm, ich glaube, ich fange jetzt an, tatsächlich mal die hier zu bauen. Hier kann ich verbessern, dadurch nur. Ja, warte mal. Eigentlich brauche ich ja erstmal Betten für alle. So. Können sie dann gleich mal aufbauen als erstes. Ja, das ist natürlich mir wieder direkt am Arsch. Äh, kann ich nicht reparieren. Habe ich kein Holz für. Großer Anführer, ich bin müde und ich schlafe draußen auf dem Boden. Hier gibt es ungezogen. Mein Rückenschmerz, würdest du mir etwas bauen, wo ich schlafen kann? Ja, das würde ich gerne tun, aber ja, hat das irgendwie eher schwierig. Ähm. Was ist hier jetzt los? Alter, also, wenn das hier so weitergeht mit dem Kollegen. Dann muss der weg. Dann tut es mir auch leid. Aber dann muss der weg. So geht das nicht weiter auf Dauer. Aber gut, darum kümmere ich mich das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis denn. Tschüssi. 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 Gesang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017